Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und damit auch ein frohes, neues und erfolgreiches Jahr 2023 euch allen da draußen. Man hört es an der Stimme, ich habe ordentlich reingefeiert, deswegen verzeiht es mir heute. Ich habe erst überlegt, mache ich ohne Cam, mache ich mit Cam? Ist mir jetzt völlig egal. Frohes neues Jahr an alle da draußen. Bitcoin bei 16.500 US-Dollar. Wenig Veränderung, obwohl wir kurz vor, ich sage jetzt mal 0 Uhr, doch nochmal hier in unsere kleine Support-Zone reingegangen sind. Ansonsten, bevor wir uns das jetzt alles ein bisschen genauer anschauen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, joint gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein und wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Altcoins, schreibt es unten in die Kommentare rein. Gut und damit würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ich hoffe ihr seid alle schon wach bzw. habt schön reingefeiert auf jeden Fall. Bitcoin hat sich wie gesagt relativ wenig bewegt, weiterhin hier in der 16.500, 16.600 US-Dollar-Region. Wir sind gestern in diese 1-Stunden-Demand-Zone nochmal reingekommen. Darüber haben wir ja gestern früh im Update-Video nochmal drüber gesprochen, dass hier eben noch dieser Vektor ist und dieser Vektor eben genau mit dieser 1-Stunden-Demand-Zone übereinstimmt. So, jetzt blicken wir mal ganz kurz noch auf den 15-Minuten-Chart, wie es da, was die Vektoren angeht, aussieht. Da sehen wir, okay, wir hätten hier jetzt nur diese blauen Stopping-Volume-Vektoren, die hätten wir nicht unbedingt holen müssen. Trotzdem, der 1-Stunden-Chart gibt es auf jeden Fall vor und dadurch haben wir jetzt auch eine neue Psy-Range gebildet. Das ist jetzt auch das, das ist Sonntag, neue Psy-Range. Die ist gebildet von 16.500 bis ungefähr 16.455. Also wieder nur eine 100-Dollar-Range. Trotzdem, auf jeden Fall im Blick behalten für den heutigen Tag. Brechen wir nach oben hin oder nach unten hin aus? Wenn ja, brechen wir mit einem Vektor aus. Darauf müssen wir auf jeden Fall die nächsten Stunden achten. Ansonsten, wir ziehen mal ganz kurz noch das FIP-Level dazu. Schauen nochmal an, ob wir hier irgendwelche Übereinstimmungen gesehen haben. Müssen es aber hier noch ein bisschen klarer machen. Nein, das wollte ich nicht. So, warte, jetzt perfekt. Ziehen von unserem Low zu unserem High. Da sehen wir auch, okay, wir sind genau ins Golden Pocket gekommen. Darüber haben wir auch gestern drüber gesprochen. 1-Stunden-Demand, Vektor, Golden Pocket. Schöner Support gefunden. Diesen Support gilt es jetzt erst einmal zu halten. Kriegen wir es jetzt genug Volumen rein. Klar, es ist jetzt Neujahr. Kann sein, dass es erst in einer neuen Woche, aber ich rechne diese Woche auf jeden Fall. Mit deutlich, deutlich mehr Volumen. Unser erster Take-Profit von den Trades wurde bisher noch nicht erreicht. Trotzdem gehe ich weiterhin davon aus, dass wir auf jeden Fall die 17.000 US-Dollar-Marke anlaufen. Da oben liegt einfach viel zu viel Volumen, beziehungsweise sehr, sehr viel Liquidität, die es noch abzuholen gilt. Wir haben hier oben noch diese grüne Box. Die liegt genau bei 17.000, beziehungsweise 17.100. Das ist für mich auch das erste Short-Szenario. Also sollte jetzt unser Trade, müsste dann in Take-Profit 1 und Take-Profit 2 auf jeden Fall gelaufen sein. Sollten wir hier hochkommen, werde ich schon mal überlegen, ob wir hier sogar ein kleines Short-Szenario dann eingehen in diesem Bereich. Vielleicht einen relativ engen Stop-Loss, weil die größeren, sage ich mal, Widerstände haben wir dann erst hier oben bei den 16.400 bis 17.600. Der Setup müsste schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Deswegen gerne reinscheuen, wenn ihr immer wieder Updates wollt, beziehungsweise kostenlose Trades, gerne in die kostenlose Gruppe reinscheuen. Den Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, das ist jetzt auch erst einmal der Fahrplan. Zumindest für den heutigen und morgigen Tag, dass wir vielleicht Richtung 17.100 US-Dollar gehen. Aber ich bin immer noch irgendwie davon überzeugt, es würde jetzt nicht mehr zu meiner Theorie passen. Ich habe gesagt, okay, Bodenbildung im Quartal 4, 2022 glaube ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe irgendwie trotzdem noch das Gefühl, dadurch, dass die Märkte eben nicht wirklich stark sind. Da blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Wir sehen es, wir bilden keine höheren Hochs, wir sind weiterhin in einem Downtrend. Das ist ganz klar ersichtlich, wir sind in unserem Falling-Redge. Wir haben laut diesem Falling-Redge bis ungefähr 17.300, 17.400 US-Dollar, je nachdem wie man es sieht, auf jeden Fall noch Luft. Und das ist für mich immer noch der ultimative Widerstand. Danach werde ich dann auch meine Shorts orientieren. Ich habe immer noch das Gefühl, ist vielleicht jetzt ein bisschen bearish, aber trotzdem, man soll ja hier jetzt nicht die Wahrheit verschweigen, dass wir trotzdem nochmal in den Bereich der 14.000 US-Dollar gehen könnten. Das ist auch von vielen, sage ich mal, das Ziel, auch von ein paar anderen Elliott-Wellen-Tradern, die ich verfolge. So diese 14.000 US-Dollar würde irgendwie noch mit irgendeiner Welle zusammenpassen. Es würde aber auch perfekt zu unserer riesigen Support-Zone passen. Und die zeige ich euch jetzt nochmal. Die haben wir auch schon seit Monaten drin. Und zwar ist das das High, was wir hier im Juni 2019 gebildet haben. Das ist gleichzeitig auch noch Support. Und das würde auch perfekt mit dem 14.000 US-Dollar passen. Also das ist für mich weiterhin so das bearishste Szenario. Und es würde auch nach unserem Falling-Redge passen. Es würde nach unseren Demand-Zone. Es würde nach unserem letzten Hoch passen. Also wir haben da unten sehr, sehr viel Confluence in diesem Bereich. Ist jetzt zwar hart, dass wir jetzt vielleicht nochmal steigen, aber andererseits lieber der letzte Auswisch auf 14k. Kann ich mir gut vorstellen, dass das im Januar jetzt nochmal passiert oder die nächsten Tage, Wochen vielleicht sogar. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Auf den größeren Timeframes gibt es noch nichts Bullisches. Außer eine riesige Bullish-Divergenz. Aber das kann sich natürlich alles noch ein bisschen ziehen. Ansonsten 17 bis 17.6. Das ist so für mich momentan der Short-Bereich. Long-Position läuft noch. Short-Position läuft noch. Und danach schauen wir jetzt einfach weiter, ob wir noch eine neue Short-Position dann aufmachen. Aber diese 14k bzw. 14, 14.5, wie halt das Falling-Redge im Endeffekt gezeichnet ist. Das sind die Bereiche, auf die es meines Erachtens nach längerfristig ankommt. Gut, dann blicken wir zu Ethereum. Schauen hier auch mal ganz kurz auf die kleineren Timeframes, wie es hier denn aussieht. Auch hier sehr, sehr wenig Bewegung. Wir haben Take-Profit 2 gestern Abend noch erreicht. Kurz bevor ich nochmal eine Nachricht in die Telegram-Gruppe gepostet habe. Sind aber nicht. Und das ist jetzt eben wieder der Punkt, wo ich auch schon in den letzten Tagen immer wieder drauf angesprochen habe. Wir haben es nicht über das 0,5er, also die 1.205 US-Dollar mit einem Close geschafft. Wir hatten wieder nur diesen WIC. Schön für uns. Take-Profit wurde erreicht. Take-Profit 1 und 2. Trotzdem bin ich nicht davon überzeugt. Also wir hätten mindestens mal das 0,5er rausnehmen sollen mit einem Stunden-Close. Sind aber sofort wieder mit einem WIC-Note rüber. Nächste Stunde auch wieder. Und seitdem sind wir einfach wieder ein bisschen zurückgefallen in den Bereich der 1.194 US-Dollar. Wenig Bewegung. Wir blicken auch mal hier ganz kurz von dieser ganzen Bewegung aufs FIP-Level. Da sehen wir auch, okay, wir sind jetzt genau hier am Golden Pocket. Eventuell überlege ich nochmal die Position wieder ein bisschen zu vergrößern, weil ich auch hier einfach noch davon ausgehe, dass wir mindestens den Bereich um 1.212 sehen, wenn nicht sogar 1.230. Und das würde auch weiterhin zu dem Bereich passen, wo wir bei Bitcoin gerade darüber gesprochen haben, die 17.000 US-Dollar. Das sind die Level, die wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage im Blick behalten sollten. Und da drüber, wie gesagt, haben wir dann erstmal Free Air bis ungefähr 1.270. Das ist ja auch das Setup, was auch noch in der Gruppe angepinnt ist, beziehungsweise in der Gruppe noch aktiv ist. Also wir haben auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten. Der Markt muss sich den ganzen Mist einfach nur holen, meines Erachtens nach. Und danach sieht es momentan zumindest nach ganz, ganz hohen Leveln noch nicht aus. Vielleicht auch ein bisschen in die Überraschung. Wir blicken auch nochmal hier ganz kurz auf den Daily-Timeframe, ob wir hier noch irgendwas sehen. Machen natürlich mal die ganzen FIP-Level aus, weil das gefällt mir gar nicht. So, da sehen wir auch im Endeffekt, wir sind in einer riesigen Seitwärtsphase. Das haben wir auch im Stream letzte Woche eingezeichnet. Haben aber hier unten immer noch so eine kleine Ineffizienz und die geht bis ungefähr 1.142 US-Dollar. Klar, unser Trade bei 1.153 wurde getriggert. Gutes Zeichen. Trotzdem, wir müssen hier früher oder später irgendwie aus dieser Range eben raus. Aus diesem 1-Stunden-Order-Block, das bildet hier unten diesen Support. Und ansonsten gilt es einfach hier oben die 1.200, was haben wir hier, 1.230 mit Daily-Close. Wäre Bullish. Kriegen wir hier einfach wieder nur ein Wig, ist es für mich ein eindeutiges Short-Signal. Ja, und mehr gibt es bei Ethereum eigentlich nicht zu sagen. Kommen wir noch ganz kurz zu den News. Gibt es noch keine in diesem Jahr. Gut, jeder hat Silvester gefeiert, ist klar. Deswegen bei CryptoGoro noch ein kleiner Rückblick. Die beliebtesten Crypto-Tweets von 2022. Ja, da gab es glaube ich einige Tweets letztes Jahr. Aber gut, lest euch das gerne durch. Und ansonsten gilt es von meiner Stelle zu sagen, ich wünsche euch einen guten Start nochmal ins Jahr 2023. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr. Wird schon alles. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen wieder zu einem neuen Video. Ansonsten werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen chillen. Werde jetzt noch kurz eine Analyse schreiben. Und dann war es das auch von meiner Seite. Wir hören uns morgen wieder. Gerne Like da lassen. Abonniert den Kanal. Gerne Telegram-Talk und Signal-Channel folgen. Das war es von mir. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.